Wie ist die Schule der Physik- und Biologie-Saal? Die Schüler und Schülerinnen lernen im Realgymnasium schon ab der dritten Klasse das Forschen anhand zahlreicher selbst durchgeführter Versuche. Was die Welt im Innersten zusammenhält, versuchen wir Chemikerinnen anschaulich und mit vielen Modellen zu erklären. Das eigenständige Hantieren in einem Labor wird durch eigene Fächer wie Physiklabor und Chemielabor unterstützt. Für angehende Ärztinnen und Ärzte, Pharmazeutinnen und Pharmazeuten, Chemikerinnen, Chemiker, Physikerinnen und Physiker, bieten die Wahlpflichtfächer Chemie, Physik, Biologie und die Vorbereitung auf die Olympiaden in Chemie und Physik in der Oberstufe eine sehr gute Vorbereitung auf eine universitäre Ausbildung.